2022 ist im vollen Gange und es sieht für viele Anleger gerade nicht so gut an der Börse aus, gerade die, die die letzten zwei, drei Jahre mit eingestiegen. Und überall hörst du es in den Nachrichten, der Crash kommt, Zinsanhebung, Inflationswarnung und das drückt die Börsenkurse und die einzelnen Aktienkurse natürlich an vielen, vielen Stellen deutlich in den Keller. Der eine oder andere spricht auch darüber, dass jetzt die Tech-Bubble platzen wird, dass Value wieder im Kommen ist und so weiter und so fort. Und alles insgesamt wird immer wieder unter dem Begriff Crash gefeiert. Und ich möchte dir mal jetzt heute noch mal einige Punkte mitgeben, um genau zu sein. Fünf, was du tun kannst, wenn wieder sozusagen so eine Panik ausbricht, wenn wieder die Börsen fallen, wenn ein Crash kommt und ähnliches, was du tun kannst, um lang, mittel- bis langfristig dein Vermögen zu schützen und sogar gute Renditen zu machen. Kommen wir sogar gleich mal zum ersten Punkt. Und der erste Punkt ist so simpel wie, ja, einfach keine Panik. Wenn du einen Anlagehorizont über 10, 15, 20 Jahre hast, gibt es für dich erstmal im Allgemeinen gar keinen Grund zur Panik. Wir blenden hier mal eine Grafik ein. Dort zeigt diese Zeit ganz schön gemessen am S&P 500, wie lange es rein rechnerisch dauert, bis eine Anlage, jetzt wie in dem Fall am S&P 500, verlustbereinigt ist. Sprich, wie viele Jahre brauchst du, dass diese Geldanlage, egal ob du zum besten oder zum schlechtesten Zeitpunkt investiert hast, wieder bei Null steht. Und wenn du mehr als 15 Jahre sowieso Zeit hast, noch dein Geld angelegt zu wissen, besteht rein sachlich, rein fachlich kein Grund zur Panik. Unten verlinken wir auch nochmal die Studie, könnt ihr euch selber mal durchlesen. Und darum, der Faktor Zeit ist sozusagen dein Freund für dich. Also immer wieder auf die Uhr gucken, du weißt noch, jo, ich habe noch 20, 30, 40 Jahre bis zur Rente, bis ich Millionär sein wollte und ähnliches. Es besteht kein Grund. Das alles ist, wie sehr, sehr häufig, auf einen temporären Zeitraum gelegt. Der temporäre Zeitraum kann irgendwo zwischen drei Monaten, wie wir es aus der Finanzkrise kennen, ich kann das mal hier auch an den Charts zeigen, wie hier an der Nasdaq, alias Nasdaq. Ich brauche jetzt endlich mal hier so ein Nasdaq-T-Shirt. Kann mir irgendwer drücken und schicken gerne an meine Adresse. Ihr wisst, wo das ist. Ich werde es dann tragen. Und schaut euch mal hier an, was wir hatten zu Beginn der damaligen Covid-Pandemie. Da seht ihr auch, die Börsen sind hart in den Keller gegangen. Alle haben von dem nächsten Jahrhundert Crash gesprochen und ähnliches. Und was war gewesen? Hier bis 2022 haben wir wieder einen riesigen Aufwärtstrend erlebt. Alles hat sich erholt. Und selbst jetzt gerade mit dieser Januar-Februar-Flaute, die wir hatten an der Börse, ja, hat sich auch im Vergleich zu damals schon wieder immer noch viel getan. Das heißt, selbst hier, wir haben da knapp, Betonung drauf, knapp drei Jahre, zwei, drei Jahre drin. Sondern es erholt sich langfristig, höchstwahrscheinlich. Warum? Wir Menschen wollen weiterleben. Wir wollen Fortschritt. Wir wollen neue Technologien. Und alles dort ist die Wirtschaft mit verwickelt. Darum auch hier nochmal ganz simpel Unterbruchung. Keine Panik. Wenn du noch lange Zeit hast, wird sich das Ganze sehr bestimmt und sehr wahrscheinlich erholen. Und das Zweite ist, und da kommen wir auch mal dahin, dass du solche Rücksetzer oder vielleicht, wenn es doch ein Crash ist, Crash nutzt. Das heißt Liquidität. Und ich pflege da auch sehr, sehr gerne ein Sprichwort gegenüber meinen Kunden. Das heißt Liquidität vor Rentabilität. Um es mal ganz klar zu übersetzen. Drei bis sechs Monatseinkommen, betonen wir mal drei bis sechs Monatseinkommen, solltest du als Sicherheitsrücklage für dich haben. Wenn dein Auto kaputt geht, wenn du mal spontan umziehen musst, wenn deine Mama gerade Hilfe braucht auf finanzieller Sicht und so weiter und so fort. Dafür sind diese drei bis sechs Monatseinkommen ein Sicherheitsrücklage gedacht. Neben denen kann ich es aber jedem nur empfehlen, vielleicht zehn bis maximal, Betonung auf maximal 50.000 Euro, immer wieder Liquidität zur Verfügung zu haben, mit der man einmal Investments für solche Rücksetzer nutzen kann. Ja, denn ist klar, auch ein guter Rücksetzer von 30% braucht das Doppelte an Erholung, an Rendite, um wieder auf den alten Stand zu kommen. Das heißt, im Dip zu kaufen, bei the Dip kann sich unter Umständen lohnen. Aber denkt auch immer dran, Market Timing ist in den seltensten Fällen möglich. Und ihr wisst ja, Market Timing ist wie Coitus Interruptus. Das geht in neun von zehn Fällen schief. Wer nicht weiß, was Coitus Interruptus ist, Wikipedia ist dein Freund. Okay, dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar Diversifikation. So, jetzt denken wir, ja, Diversifikation, breit gestreut, nie bereut, kennen wir. Ich rede nicht nur von der Diversifikation in den Aktien selbst. Ich rede auch von Diversifikation in anderen Assets. Bei den Aktien ist es ja ganz klar, wenn wir auch hier wieder den Blick auf die Börse bringen. Wir wollen halt nicht nur wie die Nasdaq 100 100 Aktien im Tech-Bereich im Depot, sondern vielleicht dann schon eher ein S&P 500, wo die ganzen 500 größten Unternehmen der USA gelistet sind. Das ist Diversifikation. Mehr Unternehmen aus mehr Branchen in verschiedenen Bereichen, die in andere Teile der Welt vielleicht expandieren, hinliefern oder auch arbeiten. Und dann auch nicht nur Nordamerika, sondern auch Europa. Emerging Markets, ihr kennt das ganze Spiel. Das ist ein Teil der Diversifikation. Aber der zweite Teil ist es, zum Beispiel auch nicht nur Aktien zu haben und auch nicht nur festes Geld, bares Geld, sondern vielleicht auch dann doch das kleine eigene Nebengewerbe. Bei den Selbstständigen, so wie ich zum Beispiel, die eigene Firma ist auch ein Asset. Oder du hast vielleicht dir Immobilien angeeignet, Immobilien, die du vermietest. Das sind verschiedene Assets. Das ist die zweite Ebene der Diversifikation, die für dich stattfindet. Und auch da solltest du langfristig immer sozusagen mehrere Standbeine haben. Es gibt da auch wieder ein schönes Sprichwort. Die meisten Tische stehen auf vier Beinen. So, das heißt Aktien, Bares, Selbstständigkeit, beispielsweise Immobilien und so weiter und so fort. Auch bei den Immobilien kann man ja selber nochmal diversifizieren, auch in seinem Job. Welche Tätigkeiten kann man nochmal diversifizieren, sofern man selbstständig ist und so weiter und so fort. Da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt und vor allem auch bei der Diversifikation immer dahin gehend, wo ihr am meisten versteht und auch am meisten Spaß daran habt. Und dann langfristig werdet ihr in solchen turbulenten Zeiten dann auch sicher dastehen. Nummer vier, weniger Nachrichten. Denn Teufel ist in gerade solchen, ich sage mal, Rücksetzerzeiten, Crashzeiten, die Negativnachrichten überschlagen sich und bringen dir ein Schreckensszenario nach den anderen auf den Bildschirm. Und du denkst, oh Gott, es dauert nur noch Stunden und dann ist all mein Geld weg. Genau das ist das Problem bei diesen Nachrichten. 90 Prozent der dort geschilderten Ereignisse oder möglichen Ereignisse treten eh niemals ein. Und damit du dich gar nicht erst verunsichern lässt und noch weiter in diese Abwärtsgefühlsspirale gehst, meide einfach so viel wie möglich an solchen Wirtschaftsnachrichten. Ganz im Gegenteil. Leg dir vielleicht sogar einmal am Tag eine halbe Stunde fest in solchen Zeiten, wo du wirklich bewusst Medien konsumierst in diesem Bereich und dann auch bewusst die Informationen zu deinen Assets, deinen Firmen ziehst und dann daraus für dich Rückschlüsse ziehst. Und so hältst du dir langfristig auch emotionalen Ärger und vielleicht auch Impulsentscheidungen. Wie soll ich jetzt alles verkaufen? Oh Gott, ich mache es, weil ich keine roten Zahlen ertrage auf meinem Depot. Ja, hältst du dir vom Leib, weil wenn du vielleicht drei Wochen gewartet hättest, wäre alles wieder im Grünen gewesen. Darum auch weniger Medien, weniger Medienkonsum. Und das Letzte ist Nummer 5. Besinne dich zurück, warum du mit deiner Anlage, mit deiner Anlagestrategie, mit diesen Aktien, mit diesen ETF überhaupt angefangen hast. Also was ist dein ursprüngliches Ziel gewesen? War das Ganze für die Rente? War das zum Vermögensaufbau? War es vielleicht wirklich nur ein Zock oder ähnliches? Aber wenn du gerade langfristig gepaarte Ziele mit hast, ist es für dich nochmal ganz wichtig, sich den ursprünglichen Gedanken damals, den du beim Kauf hattest, warum du das ganze Geld dafür angelegt hast, wieder zurückzuholen. Denn das Wichtigste ist, dass du langfristig bei deiner Strategie auch bleibst, die du dir zurechtgelegt hast. Darum nicht sprunghaft werden in solchen Situationen, sondern die Strategie, das ursprüngliche Ziel sich wieder zurückholen. Und damit auch ein sozusagen erweiterter Tipp auch, wenn du dann neue Investitionen tätigst, sich immer einen Grund, einen Zweck dieser Investitionen, weil niemand legt Geld zur langen Weile an. Das macht einfach niemand. Jeder hat immer einen Grund, Geld anzulegen. Und diesen Grund, den musst du dir reinholen. Sei es, ich will mir mit dem Vermögen ein tolles Auto kaufen oder mein Haus später mal abbezahlen oder halt meine Altersvorsorge aufstocken. All das sind legitime Gründe, warum du bei der Strategie langfristig weiterhin dabei sein solltest. Und das ist eigentlich schon das Ganze, wie du auf einen potenziellen Crash reagieren solltest, reagieren kannst, was dir potenzielle Verluste auch vom Leib hält. Und wie man das Ganze umsetzt, das zeige ich euch nochmal an der einen oder anderen Stelle natürlich auf meinem Instagram-Kanal. Wir blenden es hier ein. Und ansonsten, wenn du noch eine Idee hast, wie man in solchen Zeiten kein Geld verliert, dann nutz unten die Kommentarspalte, schreib dazu deinen Tipp mit hinein und lass uns dazu austauschen. Willst du wieder so ein Video haben, was dir dein Vermögen schützt oder vielleicht noch besser dein Vermögen langfristig dann auch aufbaut, dann bitte Abo dalassen. So verpasst du das nächste Video dann auch nicht. Und wir freuen uns auch über dein Like und dass du eingeschaltet hast. Bis hierhin. Joschka Birkig, unabhängiger Online-Finanzberater. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.